Na komm, hoch. Ah, schade. Gucken wir mal hier. Oder war ich hier schon? Hier war ich schon. Und hier ist der Eingang. Was war hier drin? Auch eine Sackkasse? Oder ist da unten bei dem Leben vielleicht ein P-Switch versteckt? Hmm, Fragen über Fragen über Fragen über Fragen. Na komm, na komm, wo war ich jetzt? Na komm, mittlerer Block. Also mittler-hoher Block. Ich geh kaputt, ich stirb. ...dai potato. Hmm. Dann weiß ich jetzt auch nicht weiter. Sicher, dass hier oben ist nur dieser Durchgang. Und mir bringt es ja auch nichts, in die Lücke da zu gehen, weil ich dann nicht mehr weiterkomme. Oder... ...komme ich hier zurück? Was bringt mir das? Moment mal, muss ich den Cooper mitnehmen? Das ist jetzt... Achso, Moment, Moment... Ich verstehe, ich verstehe. Scheiße, scheiße, die Zeit läuft mir ab. Die Zeit läuft mir weg, die Zeit läuft mir weg. Ich glaube, ich habe es verstanden. Jetzt ist alles im Arsch. Ja, jetzt muss ich nochmal in die... ...in die Tür da, um mal jetzt... ...um hier wieder die Blöcke herzukriegen. Oh, komm, schnell. Das erste Mal, dass mir hier die Zeit abläuft. Das ist brutal. Das bringt schon wieder nichts. Ich hätte die Feder gebraucht... ...äh, das Bad gebraucht und ich habe nie mehr so viel Zeit. So, es geht nur noch einmal. So, komme ich durch die gleiche wieder raus? Sehr schön. Dann spare ich mir den Weg zumindest einmal. Na komm, schieß. Lass mich bitte vorbei. Da hinten war noch eine Bumme. Aber ich glaube, der Pilz bringt mir nicht weiter. Boah, scheiße. Das wird knapp, das wird extrem knapp. Ich glaube, das schaffe ich nicht, aber gut. Aufgeben wir jetzt ja total Blut. Na komm, wirf. Na, okay. Erstmal dich erledigen. Oh, die Zeit ist abgelaufen. Erstmal mir wieder Zeit lassen. Genau, genau, genau. Okay, aber ich habe das Prinzip verstanden. Glaube ich. Ich muss mehrmals durch diese Röhre, damit ich meine Power-Ups kriege. Also, dich lasse ich erstmal in Ruhe, weil euch... Irgendwie spawnt eh wieder. So, hole ich mir jetzt mal einen Pilz. Gehe hier wieder raus. Gehe hier wieder rein. Hol mir auch gleich eine... ...verdammte... ...eine verdammte Blat... ...de justice. So, zack. Wow. Gut. Da oben war ein Leben drin, ne? Das brauche ich ja nicht. Ein paar müsstest du noch übrig lassen. So. Nein. Nimm ihn dir. So. Dann nehm ich halt den Cooper mit. So. Da muss ich mich aber auch beeilen. So und... Na komm, na komm, na komm, na komm. Geht doch. So und... Runter da, und rein da. Das ist so ein kleines Puzzle. Ja, das ist immer so ein bisschen herausfordernd. Also nicht nur was mit Jumpin' One zu tun, sondern auch mit Nachdenken. Aber jetzt kann ich mir ein bisschen vorspulen. Aber ich hole erstmal hier wieder ein Item. Und dann habe ich jetzt doppelt? Ja, oder? Hm. Ist... Idiot. Ja. Hiermit kann ich das eine Level überspringen, aber das mache ich ja eh nicht. Schöne Verschwendung. Ich hoffe nicht schon wieder ein Puzzle. Hm. Ein Rätsel. Irgendwie irritiert mich das Wasser. Gibt es jetzt hier zwei Wege, oder was wollt ihr mir hier sagen? Einfach mal hier oben und... Achso. Hier wäre das Power-Up drin gewesen. Ich glaube, ich nehme tatsächlich mal... Wow. Das war... Glück. Ach... Na ja egal. Einfach durch hier. Einfach durch hier. Wenn wir jetzt hier durchschwimmen, das Wasser muss ganz schön kalt sein eigentlich. Aber Mario hält das aus. Er kann ja auch andauernd die Luft anhalten. Deswegen dürfte das ja kein Problem sein. Selbst in kleiner Form. So. Und zack. Und... Hm. Ich lass mich raten. Da wäre ein Power-Up drin gewesen. Mhm. Warum? So. Ach nee. Da war ich ja schon... So. Nochmal. Oben war das Power-Up. Das war... Glück. So. Ach, die greifen wohl wirklich erst an, wenn man mit ihnen auf einer Ebene ist. Irgendwann mal. Also ist mir jetzt gerade so aufgefallen. Weil solange ich über ihm, bzw. unter ihm war, hat er mich nicht angegriffen. Aber gut. Einfach mal durch hier. Einfach mal durch. Und jetzt wieder sch... Und jetzt wieder sch... Scheiße, ey. Erstmal hole ich mir das Power-Up, was es da gibt. In welche Richtung gehst du? In meine Richtung. Sehr schön. Ja. Bestimmt da lang kann ich nicht... Nicht direkt fallen lassen. Oh man. Mario. Komm schon. So fett bist du gar nicht. Wo du unter Wasser wirklich so aussiehst. Warum kommt die raus, wenn ich... Kann ich da durch? Na egal. Ähm... Vom Verstucken und weiter. Und zack. Scheiß drauf, scheiß drauf. Weiter, weiter. Ich bin fast am Ende, glaube ich. Jo. Wehe, der erledigt mich noch. Nein. Na, hab ne Blume. Ist jetzt auch egal. Leben habe ich noch 40. Das dürfte eigentlich wirklich reichen, also... So, und... Ich brauche einen Hammer? Komm, spring hoch. Oder habe ich das gerade falsch gesehen? Oder habe ich das gerade falsch gesehen? Also nach dem, was ich gerade gesehen habe, brauche ich tatsächlich einen Hammer, um weiterzukommen. Nämlich... Ach ne, ach das hier ist noch ein Haus dazwischen gewesen. Achso, der Hammer hätte mir wieder eine Abkürzung geschafft. Speed One mäßig. Speed One mäßig. Schade. Also, dann wäre ich dann hier gleich so... Weiter gekommen. Von der 7 zu 8 ist ne... Achso, ne. Ah, ich verstehe jetzt die richtige Reihenfolge. Okay. Nein. Die Münzen waren mir wichtig. So, bringt es was da unten lang zu gehen? Ah, das bringt es also. Ah, okay, okay, okay. Und euch... Halte ich mir vom Leib. Gut gemacht. Hm... Hab ich denn noch... Ich hab da noch ne Blume. Aber nehm ich doch hier lieber mal ein Blatt. Das dürfte auch reichen. So, und heb, und heb. Eigentlich hätte ich auch nur einen Pilz gebraucht, aber ich hatte halt keinen mehr. So, und dieses Feuerding mach ich jetzt mal... Schon kaputt. Ohne, dass es mich kaputt macht. Eigentlich. Hm, das ist unfair. Ach man, komm schon. So seid ihr doch auch nicht hier. Spielentwickler. So. Und... Wow, das funktioniert tatsächlich. So, den Typen erledigen. Scheiße auf die Münzen. So viel Konzentration dahinter. So, und dann... Jetzt hier runter. Und gucken. Das war klar, dass das versteckt ist. Hierunter bestimmt auch. Da kann ich mir irgendwie ein Lehm vorstellen. Korrigib mich, wenn ich da falsch liege. Aber ich kann es mir einfach nur vorstellen. Das meine ich damit. Weil es einfach da so passend wäre. Und was wäre, wenn ich mir die Donuts hier verbaut hätte? Hm. Wow, wow, wow. Ach komm schon. Pfff. Kommen die Donuts irgendwann wieder? Ach ja. Ja. So, das glaube ich, wird doch... Jetzt mal Zeit, das fertig zu machen. Ha. Verarscht. So, und... Dann... Komm schon. Hä? Ja komm. Ähm, bevor ich hier noch mehr... faile. Und so, ähm... Ich habe jetzt wieder eine halbe Stunde aufgenommen. Ich denke, das dürfte eigentlich immer reichen. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Oder zur nächsten Session. Bis dahin. Ciao, ciao. So...